willkommen zur letzten folge dieser zwischen ich hoffe die letzte hat er überhaupt aufgenommen gehabt wir sind kläglich bei einer ausgrabung gescheitert so rettung offener gruppen 1 versuchen wir da mal unser glück spionage ist auch keiner drinnen momentan momentan würde ich hier nicht so wirklich glück wo ich bin habe ich jetzt nicht unbedingt machen zu zweit hat er in kommt von ausgrabung ist alles ein bisschen doof momentan haben wir noch irgendwie da haben wir noch eine armierung mission machen wir das zum abschluss hofene gruppen da wird ja wohl zu finden sein sehr schön pietro smuss ist aber hier na na Oh, was ist das für das Spiel? Oh, was ist das? Tenno, wir schauen uns auf die Aufmerksamkeit an. Die Feind würden lieber auf ihre Daten zu verletzen, als sie in unsere Hand nehmen. Das ist echt ein Unterschied, wenn man hier gleich wiederkommt. Die wird man relativ schnell down. Die Konsole ist näher. Wenn Sie die Alarmen jetzt aufzunehmen, wird die Schmerzen zerstören. Na tolle Wurst. Toll, Scheideste. Wo sind die anderen beiden? Sind die schon bei B? Scheinbar. Sie haben dich gesehen. Sie sind nahe der Konsole. Trigger the alarms now and they will start destroying the data. Alarms reset. You've triggered the alarms. Lose this data and the mission will be a complete failure. You've got it. The data is still intact. What are the other two doing, I'm wondering if they are on the flip side. Do they just fight with you or do they have to be done? I could have already done this. You've triggered the alarms. Lose this data and the mission will be a complete failure. A Tenor needs to be revived. Hm. The enemy has successfully destroyed all the data. Oh no, super. This mission is a failure. Ihr Depp. Na gut, spitze, bedanke mich. Bis dann. な extreme unbolization. Do that again. Ya man. world.